Musik Das Stückchen, was ich erzählen will, das ist von der Braunsratter Kirmes. Also Opa hat durch seine Weberei, auch Sankt Weberei, in Schuttorf eine Frau gefunden. Das war ein Baummädchen und die hatte auch ein Haus und das war schon ganz praktisch, wenn man so eine Frau mit Haus heiraten konnte. Und ich war mehr bei Oma und Opa als zu Hause bei meiner Mutter. Ich war nämlich zu Hause als Junge bis elf Jahren, einziges Kind. Mein Vater war ganz früh gestorben, den habe ich überhaupt nicht bekannt. Und also aus dem Grund, aber nicht nur bei Opa, meine Mutter sprach natürlich auch richtig platt und hat einen Winkel. So, wie macht er eben schon so was, jeder weiß hier was das ist und stand den ganzen Tag in der Winkel. Und ich saß alleine da irgendwo in der Stufe rum oder in der Kühe. Und meistens war ich aber bei Nachbarsleuten, das waren alles Bauernleute. Ich kann aus dem Grund auch fast alle alten Bauern arbeiten, melken und so weiter. Gut, ich schweife immer ab. Also, Opa erzählte mir dann. Ja und dann war noch in Braunschweig mal Kirmes, erzählte und mit drei Männern hier aus Schotthof, gingen wir durch das Kirchhofer der Feld hoch, an das Lecke der Krütze langs, in der Brunsrohr und da, auf der Kirmes. Da haben wir nett gefühlt und getanzten und getrunken. Aber wir haben richtig Spaß gekriegt. Etwa, der Laat wurde. Etwa, der Laat wurde. Etwa, verhaue eigentlich noch den Los. So, da haben wir den Jorn verdriemen. Der eine, der war Schuster Drick. Und der dritte, der war Juppe Hendrik. Also zweimal Heinrich. Der eine ist Drick, der andere Hendrik. Aber so nannte man früher eben seine Nachbarsleute. Wir zogen, als wir dann Richtung Heimat zogen, hatten wir die Idee, wir machen einen kleinen Umweg nach Löcken. Da war eine Wirtin, die hatte drei Töchter. Und da gehen wir uns ja noch ein paar Bierchen trinken. Und dann ist es immer noch Zeit genug, nach Hause zu gehen. Ja, gesagt, dann alle drei Mut wie tausend Mann auf die Gaststätte zu in Löcken. Die Wirtin hatte zwar nicht den besten Namen, aber das spielte für uns ja keine Rolle. Wie gesagt, Mord für tausend Mann. Wir hin und wir tanken dann noch ein paar Bierchen. Und mittlerweile ging dann auch auf zwölf Uhr zu. Und dann sagten die Wirtin so, ich herf euch jetzt auch noch ein lecker selbst aufgesetztes Likörchen. Und dann, ihr könnt sowieso vor zwölf Uhr nicht nach Hause gehen, denn in die Geisterstunde kommt ihr durch das Feld niederrommel nach Kerk, nach Schutrock. Ja, ach, von der Quatsch sagten wir nicht. Was soll das? Zwölf Uhr schlugt und wir troche los. Und wir waren ein Stund, toen das Feld getrampelt, opeinmal rüber ist an das Löckere Kreuzchen. Das wollen wir noch ganz gut belücken. Ja, da haben wir uns verlopen. Also nachts Richtung das Feld, der Rommel, Richtung Kerk, für Schutrock natürlich. Ja, was soll das? Sie vertellen, jungs gesagt, opein, du liefst es kaum. Na, ein Stund war wohl, wer an das Löckere Kreuzchen. Die Audi hat uns verhext. Und es stünde, was sie gesagt, hau, vielmeuer, vreus, bis die Sonne aufgeht, kommt ihr mit der Schutrock an. Und so war das auch. Wir schlagen uns wohl und schläge still die Schutrock an. Und uns hozerern. Ja, uns schloppen uns rauszuhut. Nun hör doch auf, zäte Oma dann. Du bist das Jungsge bloßt in nutte Sachen zu vertellen, was du dem vertelst. Und das ist alles gestunken und gelogen. Ich weiß, was ihr da getroffen hat. Das war's. Ja, es ist alles. Wir versuchen uns und in sonnens noch nicht zu trocken zu denken. Wie das früher so glücklich war. Und dann sagt ihr, wir haben wirtschaftlich, so wurde dann ein Jahr später. und ich bin in meinem Haus, ich bin dann von unten und dann habe ich die Katte. Und dann bin ich mit ihm um 12 Uhr dran und der eine oder andere muss sagen, nee, das muss ich nicht machen, dass ich nach Hause komme. Für 12 Uhr muss ich an der Straße sein, dann findet die Hexerie hier in die Gähend an. Das ist unheimlich, da kann sie nicht allein in die Gähend lopen. Ach, wir haben so eine Quatsch mit ein paar Mann und trinken uns noch ein paar Bierchen. Und ja, es war so halb 11 Uhr, das wird dann abheben und abdrucken. Und durch Lümming und Schuttow, Lümbach und Schuttow, das waren frühere Ortsbezeichnungen von der Gemeinde Kirchhofen, wer das nicht wissen sollte, kann das nicht erklären. Der Name Schuttow gibt es nicht mehr in Lümbach, eigentlich auch nicht. Es gibt noch, nach der kommunalen Nagelliederung, gibt es da Schuttow für Dijk und Schuttow für Benden und noch irgend so, Schuttow für Augen. So, also, da war er zwischen Lümming und Schuttow, da war so ein alt Kiskol unter den Niederlanden. Ja, ich kam da langs und was denkst du, da sprang auf einmal der Wehrwurf von hängen ob mich. Kein Mann, in einen schworen Klotz, kann ich nicht sagen, das einfach nicht. Und, ja, was macht er mit mich? Der drief mich in die Kiskoller hin und dann, äh, lot er sich von mich, wo, da, und in die Kiskoller hin und wie ich eroppe. Und du sprangt hängen ob mich und legt mich die 3, 4 Meter hoch durch das Hand hochklemmen und ich, der Wehrwurf, der war mindestens 2 Zehn auf meine Rücken. Und, ja, und ich hoffe, was denk ich noch, ist es gut? Nun, lasst er dich lopen. Nein, das hat er 3, 4 Mal mit mich gekocht. Und ich war auch von dem, ähm, was soll ich sagen, jonge, das war ein Verrchen, die haben mich klätschen, enge klätschen, naad gemacht, ob ich das besiegt habe. Ja. Ja. Oma zei, nun lees doch nicht so viel, dann bist du das jungstchen, wirst du das Wiesern machen, nicht? Du wirst du in der Graafje fallen. Du wirst du vor die Zuppe, und dann bist du auch so volltrek, du wirst du auch so volltrek, wenn du in der Graafje fallen wirst du. Und, ja, das war oma's in den Kommentaren, dann immer, mein opa mich so'n Stückchen vertellen. Ich hoffe es noch viel mehr auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.